. Große Gäste – Mutter lädt Obdachlosen zum Geburtstagsessen ein. Bastian Nutter beweist Herz. Der Motivationsschuach ist sonst ja eher für Derbesprüche und Machoposts bekannt. . Dass er aber auch ganz anders kann, zeigte der Fitness-Fan jetzt eindrucksvoll, er hat einen Obdachlosen zum Essen eingeladen. Mutter-Fans kennen seinen Kumpel Nathan bereits. Der TV-Star bringt dem Mann, der auf der Straße lebt, häufig Geschenke und teilt das natürlich auch mit seinen Followern. . Jetzt hatte der Selfmade-Millionär aber eine ganz besondere Überraschung für seinen Freund, er hat ihm zum Geburtstag einen Kuchen und eine Essenseinladung geschenkt. . Auf Instagram verriet der 41-Jährige, er wusste gar nicht, dass heute sein Geburtstag ist. . Ich höre immer zu, wenn er mir etwas erzählt. Das Geburtstagskind war von dieser Gäste sichtlich ergriffen. . Bei ihrer Date Night wie den Abend nannte war Nathan zum ersten Mal seit neun Jahren wieder in einem Restaurant. . Dex Adam sucht er war Kandidat hatte aber auch noch eine Botschaft an seine Fans, es geht bei Wohltätigkeit nicht nur um Geld. . Es geht vielmehr um unsere Liebe und Aufmerksamkeit. . 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